In diesem Video geht es um die besten Wischroboter. Der Qualitätssieger in unserem Wischroboter-Test geht an den iRobot Brava im sechsten iRobot verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Robotertechnologien und hat weltweit bislang mehr als 30 Millionen Hausroboter verkauft. Der Präzisionssprühstrahl löst Schmutz und klebrige Verunreinigungen ab, ohne Möbel, Teppiche oder Wände zu bespritzen. Doppelt hält besser. Der Roboter erkennt den richtigen Reinigungsmodus anhand des Tuchtyps. Außerdem nutzt die Wischduchtechnologie für den Brava Jet M6 Wischroboter elektrostatische Kräfte zum Reinigen und Wischen. Mit Imprint intelligente Kartierung können Sie steuern, welche Räume wann gewischt werden sollen. Beseitigt Verschmutzungen direkt, nachdem sie entstanden sind. Der M6 kann bestimmte Verschmutzungen sofort beseitigen, wenn sie entstehen. Passt sich an Ihr Leben an. Hört auf Ihre Stimme der Brava Jet M6 Wischroboter lernt aus Ihren Reinigungsgewohnheiten, um individuelle Zeitpläne anzubieten. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Eufy Robo VAC G10. Fortschrittliche Navigationstechnologie garantiert doppelte Effizienz- sowie doppelt so schnelle Reinigungen im Vergleich zu Standardsaugrobotern. Der Leistungsstärke Staubsauger in Kombination mit dem integrierten Wischmob kümmern sich um jede Art von Verschmutzung, ob Staub, Krümel oder Flüssigkeiten. Dieser Robo VAC ist speziell für die Reinigung von Hartböden geeignet. Dank der Eufy Home App, Amazon Alexa und Google Assistant funktioniert der Hausputz ab jetzt ganz simpel per Sprachbefehl. Enorme 2000-Pascal-Saugleistung sorgt für absolute Reinheit, während das schlanke Design sicherstellt, das Roboback definitiv in allen Ecken und unter Möbelstücken reinigt. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Wischroboter-Test ist der E-Robot Brava 390T. iRobot verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Roboter-Technologien und hat weltweit bislang mehr als 30 Millionen Hausroboter verkauft. Wischroboter für größere Räume oder Bereiche, von der Marke, die auf mehr als 30 Jahre Erfahrung mit in der Roboter-Technologie zurückblickt. Reinigt größere Bereiche durch dreifaches Wischen. Durch iAdapt 2.0 mit Navigation Cube weiß der Brava, wo er bereits gewischt hat. Für alle harten Bodenoberflächen, darunter Laminat, Holz, Fliesen und Stein. Wählen Sie den Einmaldurchgang zum Fegen von Schmutz, Staub, Tierhaaren und Allergenen oder den Dreifachdurchgang zum Wischen. 4 wiederverwendbare Mikrofaser-Reinigungstücher im Lieferumfang enthalten. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.